Bauerledig sucht es endlich zurück. In diesem Jahr etwas anders. Ich möchte dich gerne küsse, aber ich darf leider nicht. Eines bleibt doch immer gleich. Die Liebe zieht aufs Land. Hi! Hi! Darf ich jemanden? Alle sind auf der Suche nach dem grossen Glück. Mal schauen, ob sie auch meine Prinzessin wird. Und manch einer bekommt es sogar im Doppelpack. Bei zwölf Frauen in meinem Bett ist das jetzt auch noch nie passiert.